ähm gleich 3 auf einmal das ist für mich definitiv ein Passwort ich sehe nichts, ok wow was kommt denn da noch alles das sind viele Boss auf einmal Hilfe im Wasser in der Luft man muss zu allem fähig sein beim Battling beim Leveln beim Kämpfen so jetzt 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 hier gibt es keine Ruhe Na komm Ja nice Komm das noch irgendwo Kommst du? Oder soll ich dich weiter ärgern? Die Flamme kann ja nicht so lange anhalten Boah Krass Meine Okay Jo Das war doch mal Das hat sich gelohnt Was für ein Kampf Alright